Also, die physischen Schaden können die Mumien schon ziemlich klein stecken. So, keine Mumien mehr von ihr. Und das ist einfach nur durchzuführen. Und das ist einfach nur durchzuführen. Okay. Wirst du jetzt aber auch die komplette Nachtschattenseite haben? Ja, habe ich. Okay. Das heißt eigentlich, bevor ich zum Rabenpass aufbreche, dann... Ich rieche, ich rieche, ich rieche, ich rieche. Hier gibt es auch noch ein Portal. Ich glaube, hier hinten geht es eh dann nur noch krass bergab. Stadt der Seelen, aber da müssen wir noch nicht hin. Hm. Die ist auch nicht schlecht. Der ist geil. Bereit. Mir nach. Folgt mir. Ich fühle sie. Nein. Na ja, Portal zum Rabenpass. Was wäre der eigentlich hier hinten? Hier ist doch überhaupt nichts. Ah, mögen eure Wege mit Gold... Ist dies euer Ziel? Ja, vielen Dank für eure Hilfe, Nordmensch. Vielleicht sind nicht alle eurer Art so übel, wie ich dachte. Ihr habt gut gekämpft. Ich denke, ich schulde euch etwas. Nehmt noch dies hier. Ich hoffe, es nützt euch auf eurer Reise. Lebt wohl! Lebt wohl, Barrio. Ah, eins noch. Wenn ihr nach Süden zieht, dann müsst ihr als nächstes durch den Rabenpass. Wir haben einige Geschichten über ein Heer von Untoten gehört, das die Festungen dort besetzt hat. Seid also vorsichtig. Und möge die Sonne des Glücks dort für euch scheinen. Ja. Gut, zum Glück kann ich mit Escape einfach aus dem Dialog raus, wenn er mal hängt. Reist euch das Portal weiter zum Rabenpass. Der Rabenpass ist der schnellste Weg von der roten Wüste nach Katai. Ihr erreicht ihn durch das Portal im Süden der roten Wüste. Ja, ich weiß gerade nicht. Wir müssten in die Stadt der Geister auf jeden Fall für... äh, die Stadt der Seen auf jeden Fall für die Ifrit-Quest. Und für die Quest mit der Münze. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob die Stadt der Seen ein optionales Gebiet war. Ähnlich wie der Schwertfels zum Beispiel. Oder ob wir nach dem Rabenpass und nach Katai erst hierhin zurück müssen und dann in die Stadt der Seelen. Äh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wohl, wir können einfach in das Portal, die Stadt der Seen gehen und gucken, ob uns da alles umbringt. Auf mein Zeichen! Und los! Und los! Vorwärts! Folgt mir! Ich würde aber sowieso gerne vorher zum Bazar gehen. Ich würde aber sowieso gerne vorher zum Bazar gehen. Und die Quest abgeben mit den Waren, damit ich die Questgegenstände schon dann loswerde. Und vielleicht hat der Schwarze Küste den Baum erst einmal pflanzen und uns um, äh, Orias Leute kümmern. So, das war's hier eigentlich. Gut. Also ja, es war's wirklich. Ich wüsste nicht, was ich hier noch machen könnte oder sollte. Ich habe alle Gegner aus dem Weg geräumt. Ich habe den Weg zu den Portalen freigeräumt. Kisten gibt es, glaube ich, auch keine mehr, die ich plündern könnte. Wenn nicht, sehen wir sie ja, wenn wir wieder zurückkommen. Hm. Also erstmal zum Bazar. Dann Onyxbucht, dort den Baum pflanzen. Ah, Bazar. Ja, mir ist klar, dass ich noch Monumente an habe. Ach, übrigens, es gab nochmal einen Patch, mittlerweile einen kleinen Hotfix. der hat jetzt die... Giftpflanzen. Und ich kriege eine Hexerruh, ne? Einfach so, weil ich den... Handschuh trage. Ja, warum nicht? Ah, Ringmäßig. Äh... Einsiedlerringe eher nicht. Ring der Erzmagier und... Ja, doch, der grüftgrüne Ring von Noor. Heserkristall. Ein Kryptaschild. Eine Gruppe der Drachenbändiger, warum nicht? Haben wir auch schon das Kopfteil davon? Sieht nicht so aus. Und da gibt's einen Ring dazu. Und da gibt's einen Ring dazu. So. Ist das Purpur-Sand? Vier Handvoll, wie ihr es wolltet. Oh, mein Herz springt vor Freude. Darf ich ihn haben, Freund? Ich habe keine Verwendung dafür. Nehmt. Oh, dank den Ahnen. Bald bin ich gerettet. Hier für eure treuen Dienste die Beinkleider des Satzes. Passen sie nicht wunderbar zu der Haube? Ja. Sag nur, ihr habt Nachtschatten gefunden. Oh, bitte gebt ihn mir, edler Freund. Dann bin ich der glücklichste Mann auf dieser Welt. Natürlich. Hier. Vier Stücke Nachtschattenseide. Ihr seid ein Held. Endlich kann Barbadar wieder Waren liefern. Mein Leben ist gerettet. Hier als letzten Teil des Satzes sollt ihr nun das Gewand erhalten. Mögen seine göttlichen Ruhlen euch schützen. Immerhin sind es ja auch eure Götter. Danke. Viel Glück mit eurem Handel, Barbadar. Lebt wohl. Ja, wir haben jetzt... Verwitterte Rüstung. Verwitterte Beinlinge und... Irgendwo müsste jetzt da noch... Oh, die Zeremonienkappe könnte ich mal aufsetzen. Habe ich die schon jemandem aufgesetzt? Obsidian-Maske. Grüne Maske. Dämonenschädel. Weiter Nordhelm. Oder habe ich die jetzt gerade abgenommen? Nee. Haube der Konzentration. Edler Turban. Helm des Trixas. Helm der zweiten Sicht. Drafenschwing. Stahlkappen. Ah, verwitterter Helm. Verwitterter Helm. Ja, machen wir uns mal kurz ganz nackig. Äh... Verwitterte Beinkleider. Und dann noch die verwitterte Rüstung. Gucken wir einfach mal. Stärke war 100 Grad. Mit dem kriege ich Stärke 97 Grad mal hin. 180. Aber ich sehe so blöd aus, ey. Stärke aus der Intelligenz. Stärke aus der Geschichtigkeit Weisheit. Stärke aus der Geschichtigkeit... Also 180, 110, 81, 37, 77. Geschicklichkeit sollte auf jeden Fall höher sein. So. Und Geschicklichkeit... Geschicklichkeit 110. Ja, gut. Geschicklichkeit 109. Aber die anderen Werte... Nee, dann kriegt das Ausrüstungsset irgendeiner meiner anderen Leute dann, wenn wir einen... mit Stufe 30 haben. Gut. Aber so haben wir schon mal seine Quest. Abgeschlossen und sind die Materialien losgeworden. Ja. Könnte mich natürlich jetzt auch noch Schnitzer hinterher unterbrochen. Also Zirkusviertel. Könnte mit ihm die nächste Sparringsrunde machen. Die sollte 36 sein. Also reden wir erstmal kurz mit ihm. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Ja. Ähm... 36 bis 40. Ja, dann können wir das machen. Aber ich speichere hier jetzt erst einmal. Und dann machen wir das bei der nächsten Aufnahme Session. Also, jetzt gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich. Wie? Wie?